Wenn Sie, verehrte Zuschauer, den Autor des Bertini-Romans Ralf Giordano kennenlernen möchten, er wird morgen Gast sein von Anne Linsel im Sonntagsgespräch um 12.47 Uhr. Und jetzt, meine Damen und Herren, geht's etwas verspätet weiter im Programm mit dem spannenden, in Schwarz-Weiß gehtreten deutschen Kriminalfilm Gestehen Sie Dr. Korda. Ein junger Arzt wird beschuldigt, einen Mord begangen zu haben. Wie Sie gleich sehen werden, sprechen alle Indizien gegen ihn. Vielen Dank.